Ja, ich bin hier heute an einem Ort, wo ich schon sehr lange vorgehabt habe, mal hinzukommen, nämlich am Trippstadter Schloss. Das ist das schöne, rote Gebäude hier hinter mir. Denn ich finde es immer wieder interessant, wo man überall in der Pfalz Schlösser findet. Ich habe auch nur neulich mal per Zufall herausgefunden, dass es hier in Trippstadt ein Schloss gibt. Und seitdem habe ich halt vor, mal hier hinzukommen und hier ein Video drüber zu machen, weil ich einfach finde, dass das ein schönes Reiseziel ist. Und deswegen sind wir jetzt hier. Und ich werde euch auch ein bisschen zur Geschichte des Schlosses erzählen, denn die ist auch relativ interessant. Damit willkommen zu einer neuen Folge von Live Live. Im Schloss befindet sich seit 1987 die Landesforstliche Versuchsanstalt von Rheinland-Pfalz. Aber das Gebäude selbst ist fast 300 Jahre alt, denn es entstand Ende des 18. Jahrhunderts quasi als Jagdschloss des Uprist-Jägermeisters Karel Josef von Hacke, der das Schloss zusammen mit seiner Frau, Amöner Marie Charlotte Sturmfeder von Oppenweiler errichtete. Und diese Frau war übrigens eine der Gräfin in Dürmstein, die im Sturmfederchen Schloss residierte, das ich euch ja neulich mal bei einem Instagram-Vlog gezeigt habe. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht das von Instagram einfach hier verlinke. Das müsste ja eigentlich funktionieren. Das Schlossgebäude selbst ist 48 Meter lang, 19 Meter breit und 18 Meter hoch. Und dadurch hat es eine sehr eigenartige, imposante Form, die mir persönlich sehr gut gefällt. Und ich bin mal wieder an einer Stelle, wo ich sagen muss, meine Erwartungen wurden buchstäblich übertroffen. Hier der Schlossgarten entstand auch etwa zeitgleich mit dem Schloss und der ist heute in Erholungsgelände, während da drin ja die Versuchsanstalt ist. Und der Erbauer dieses Schlossgartens war niemand anderes als Friedrich Wilhelm Skel. Das ist ja mal was Faszinierendes. Ich hätte nie gedacht, dass hier im Raum Kaiserslautern so nah was von Friedrich Wilhelm Skel ist, wenn ihr wissen wollt, was für Schlossgarten Skel gebaut hat, dann klickt mal auf den Link, den ich jetzt in den Infokarten verlinke. Da ist nämlich ein Video über das Schloss Schwetsingen. Der ursprüngliche Name des Schlosses war der Name Maison de la Campagne. Das hier war einfach mitten auf den Feldern, mitten im Forstwald gelegen. Die Gemeinde Trippstadt war noch gar nicht so groß und bedeutend. Die hat sich wahrscheinlich später erst um das Schloss herum entwickelt, als sich hier immer mehr Waldbauern und so ansiedelten. Übrigens wurde hier auf dem Schloss Trippstadt 1776 von Johann Jakob Hemmer aus Mannheim, der erste Blitzableiter der Pfalz installiert und damit auch einer der ersten Blitzableiter in Deutschland. 1776, ich weiß gar nicht, wie weit es von da überhaupt zurückliegt, dass Benjamin Franklin den Blitzableiter erfunden hat, wie wir ihn heute kennen. Das Schloss hat eigentlich die Jahrhunderte sehr gut überdauert, deshalb ist es ja so besonders. Aber es wurde von der französischen Evolutionstruppen 1794 teilweise zerstört, aber das war so wenig, dass man es dann halt entsprechend wieder aufbauen konnte. Dann 1803 fiel das Schloss erstmal in elsässischen Besitz und wurde 1833 durch Kauf eben an Reichsrat Ludwig von Girnand abgegeben. Und 1895 wurde es dann zum Forstamt, 1946 bis 1980 war es Forstschule und seit 1985 ist es in Gemeindebesitz und die Gemeinde stellt halt das Schloss für den Zweck, für den es heute genutzt wird, zur Verfügung. Der Schlosspark ist insofern interessant, dass es ein schöner Garten, wo man sich aufhalten kann, da kommt man auch sehr leicht einfach rein. Und mit ein paar umliegenden Ausrücken des Schlossparks verabschiede ich mich an dieser Stelle und vielleicht sieht man den ein oder anderen von euch ja demnächst mal wieder in Trippstadt oder sonst wo in der Pfalz. Ich sage auf jeden Fall erstmal Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschau!